Es ist ein bisschen leer der Laden. Komm, wir gehen mal raus. Draußen wieder totale Hitze. Krass. Ja, die Türen gehen automatisch zu jetzt. Ihr kennt es doch teilweise, minus 10 Grad draußen und du vergisst es zuzumachen und dann hast du irgendjemanden, oh man. Das geht automatisch zu. Das ist eine neue Zeit, Alter. Das ist einfach die neue Zeit. Also ihr fragt euch teilweise, warum man die Bahn auf 10, 20 Metern schon erkennen kann. Das ist traditionelles Senfgelb und hochmodernes Bordeaux-Rot. Vulgäres? Ne. Modernes Senfgelb und traditionelles Bordeaux-Rot. Also ich hatte in der Farbe auch schon mal ein Pullover. Tja, das neue Feature ist ja auch bei den Bahnen schwarz. Mega. Ich als alter Mettler, wa? Ich hätt's auch schwarz gemacht, den ganzen Zug eigentlich. Schwarz, man hat mit der Rolle. Das ist für die Leute, die so ein bisschen schlechter sehen können. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020